Das ist schon unglaublich, die Stimmung, oder? Ja. Wenn ich nur tief fliege, kriege ich nur das Licht. Das ist natürlich nicht genau die Zweigasse. Ich muss dann schon in der Mitte fliegen. Das ist noch weg. Ich kriege nur noch ein bisschen auf Karnkappen vor mir. Kommt ja wieder. Ja, du musst dahinter fliegen. Ja, weg. Die kacken uns immer aufs Dach und das Dach muss renoviert werden. Da machen wir ein bisschen Action. Aber die kommen ja wieder letztlich, die Raben. War das jetzt ein Witz, oder ist das wahr? Mal ganz ehrlich. Ne, die machen unser Uni-Gebäude, unser Dach. Ziemlich voll kacke. Die Parkplätze auch. Aber das sucht die ja nicht. Letztlich die Raben. Ja, die suchen sich da einen neuen Platz. Die kommen auch wieder. Ja. Wie ist das denn? Der ist selber gefahren. Der ist selber gefahren. Der ist selber gefahren. War es nicht zufällig auch auf Aufdruckkack? Nö. Schade. Mit Licht. Das sieht doch cool aus. Ohhhh. 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 Komm, wir gehen. Ohhhh. Hinterbeländer ist doch sicher. Ohhhh. Ohhhh. Das ist so geil. Na Nuri. Das sieht schön aus. Ziemlich, ne? Ja. Ich kann aber langsam rüberfliegen. Ja, vom Abend hin. Dass man auch was sieht. Von vorne sieht man es schön hier. Ja. Du musst noch von unten welche dran machen. Ja, der braucht mehr. Auch von hinten. Aber so sieht er aus. Es verschwindet fast. Das fällt gar nicht auf. Da kriegt keiner mit, was da irgendwo zu tun. Und es pumpt nur ganz leicht. Es sind aber hier keine Rahmen mehr. Es ist ganz leise. Da hinten sind sie. Siehst du, wie sie sich auch wirbeln? Ja. Die holen zum letzten Schlag auf. Aber sie halten ziemlich Abstand, ne? Wenn ich jetzt FPV hätte, könnte es natürlich ganz cool da hinterher fliegen. Jetzt wird die Brücke immer wieder fliegen. Jetzt, jetzt, jetzt kommen sie rum. Jetzt kommen sie rum. Ich bin mittendrin hier im Spahn. Ja. Wie geil ist das denn hier? Guck mal da. Hui. Ach, das ist ja wohl der Hammer, ja. Die sind schnell, ne? Guck mal da. Kommt sie kaum hinterher. Und es geht Vollgas. Und die machen nur mal einen Fliegelschlag. So ganz lässig. Da kommt der Killer irgendwie an. Du musst richtig anstechen. Da kriegt er richtig Schwung. Da kriegt der Schwung, ja. Jetzt ist die schöne Farbe weg, die Dämmerung, ne? Ja. Dann brauchen wir wieder einen Handeln. Da ist ja keiner hinlaufen. Nein, ganz klar. Das ist doch nicht so. Alles? Eins? Ich freue mich Nou. Das ist durch die Säge. Mit dem Licht kann man ihn schön fangen. Ihr seid ja kleine.